Willkommen zur vierten Folge Fade 3, natürlich mit anderen Waren, nämlich mit Wettbewerb. Untertitelung des ZDF, 2020 Moin Leute, was geht? Willkommen zur nächsten Folge Fade 3 mit Moin Zahn. Moin. Und wir haben einen Plan. Ja, ausnahmsweise mal einen Plan. Hallo. Oh, Humo. Ja, und zwar wollen wir snipen. Und zwar den, äh... Wie hieß er? Doch, wir finden uns noch eins. Äh, für nichts, ja. Ja, 3, 2. So, äh, das wird noch mal hier geben. Ja, hier die Augen wird taut, kann ich die mal bitte Menschen? Kann ich die mal bitte Menschen? Kann ich die Menschen, dass ich verwendet habe? Ich kann, ja. Ich kann auch noch gucken, ob ich ein Shop-Buch bekomme. Ja, dann probiere du mal Shop-Buch ausmachen. Ne, ich kriege mal, perfekt schon mal, ich kann aber noch mal gucken. Ne, noch mal. Ne, noch mal. Ein-Level, 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 obwohl er will. Ja, dann fang ich an mit meinem Shop-Buch. Wir müssen uns dann eilen, wo ist denn hier mal Kohle? Dann. Vielleicht, ich würde da erstmal dann... Ich würde vielleicht nicht mal das Äpfel mitnehmen. Ich weiß ja nicht, was haben die? Ja, die werden ja nicht mehr als Full Iron haben. Hoffentlich mal. Ja, hoffe ich auch mal. So, dann Shop-Buch ist hier. Ja, ich... Ähm... Schade. So, dann mach ich mir die schonmal zu Shop-2 jeweils. Ja. Also wir versuchen heute hier... Wir versuchen hier zu snipen, deswegen... Boah, das... Ich hoffe die Joint früh. Ich hoffe auch. Ich hab... Weil ich... Muss definitiv... Muss das Shop-Buch... Ich hab das jetzt wieder aufgenommen, Alter. So, Shop-2, Shop-2... So, äh, du musst deine Schuhe machen. Ja. Ja. Ich guck hin... Ja, dann würde ich sagen, geh ich hoch schonmal. Ja, willst du schonmal... Äh... Äh... Ja... Wollen wir keinen App für holen. Kommt drauf an. Ich würde halt da vielleicht noch... Ganz ohne Caps würde ich nicht spielen. Oh Gott. Oh Gott. Äh... Ich weiß halt nicht. Vielleicht jeder ein Gap... Ich weiß halt auch nicht. Was ist das Problem? Ja. Oh Gott. Okay. Ich hatte kurz nen Herzinfarkt bekommen. Nur ganz kurz. Ich hab schon... Gehört, ja. Einen Bogen... Wie sieht's bei... Da bei dir aus? Einen Bogen kann ich mit zwei Bögen... Ah... Hast du zwei Bögen oder was? Ja, ja. Ich hab keinen. Dann geb ich dir einen. Ich hab auch keine Pfeile. Der ist zwar komplett Drain dran... Das ist egal, da ist noch alles zereboten. Ja, ich hab gleich mal ein Schattrallbuch. Ich hab gleich mal ein Schattrallbuch. Hast du den Anvil? Ich hab den Anvil, ja. Wait, ich hab hier noch eine Cave, warte. Okay. Wir sind ja hier noch Dias. Gehst du schon mal hin? Ja. Zu ihm. Warte. Oh Gott, ich glaub wir werden es nicht schaffen. Warum? Wir sind über 2.000 Böcke wirklich entfernt. Hast du gerade. Ich hab's halt gleich. Ah ne, ich muss ja noch... Wie viel Level hast du? Null. Oh Gott, die Border ist direkt bei mir! Na. Das ist jetzt schlecht. Ja, die ist halt genau bei mir. Okay. Baut schon mal hoch einfach an. Mach das. Bitte stirbt jetzt einfach keiner, das wär gut. Ne, das wär schlecht. Ja, dass keiner stirbt, das wär gut. Ja, das wär gut, aber in einer stirbt wär schlecht. Ja, ja. Komm bitte. Dann bin ich... Dann gibt's nur einer, würde ich sagen. Ja, dann stellen wir beide. Oder nur ich. Oder nur du, ja. Und ich glaub auf Solo hast du keinen Bock. Hast du nicht? Was? Hast du nicht? Ne, ich hab auf Solo keinen Bock. Divididiv. Ach quatsch, doch doch. Mach Spaß. Allein. Nein, nein, nein. Werde ich den Rockstar machen. Ja. So, ich bin schon mal oben. Äh. Ist Nacht? Sag bitte, ist es Nacht. 11.000. Ah, das ist klar, wir sind wirklich an der Bord. Sag bitte, ist es Nacht. Ich renne hin. Ist es Nacht? Nein. Verdammt. Es war grad erst Nacht, weil auch noch Mobs oben sind. Wir sind gleich oben. Wär schon cool, wenn wir ja zu uns treffen würden und die einfach irgendwie rompiste und haben wir die auskürzen können. Ist das schön von hinten. Mit Shop 4 und Shop 3. Ich bin Extreme Hilt, oh Gott. Ja, viel Spaß. Ah, 5 Minuten. Boah, ich glaub wir werden es nicht schaffen, ehrlich. Doch, darauf schaffen es. Bock hat, da waren saves schon welche, haben den Snipe vorbereitet. Also still ich, wir stellen uns in die Ecke. Ah, ich hab Angst. Wenn der Snipe vorbereitet ist, würde ich sagen, mache ich nicht den selben Fehler wie in Final Vero und Joineden direkt, dann warten wir so eine halbe Minute. Ganz kurz. Was war denn in Final Vero? Ja, stimmt. Dann sind wir direkt gejoined und dann war das ein bisschen doof, weil alle auf uns waren. Oh, ich hab noch Zuckerrohr. Nein, nimm mit. So, Minus. Boah, das wird ein Marathon. Also ich schaff's locker. Ja, das ist das Problem. Ich wahrscheinlich nicht. Doch, doch, wir haben genug Zeit. Du weißt gar nicht, wie schnell das geht. Ich bin halt auf dem Weg, wo du gerade bist. 11.000. Wie viele Blecks brauchst du noch? Hm, gute Frage. Nicht mehr so viele. Okay, eigentlich schon, aber trotzdem. Kriegen schon ein bisschen was gelaufen. Nimm die Beine in die Hand, Panda. Ja, so schnell es geht. Mann, dass der auch so weit weg wieder sein muss. Ja, ja. Hier sind so dumme Biome zum Laufen. Ja, ich weiß. Was ist das hier? Über Water halt. Ne, ich bin in einem Hells-Bio mit Schwarzeiche und überall, also mit Blätter überall. Ja, genau da bin ich. Ja, das nervt. Einfach so schnell rein, wie es geht. Ich hab noch nicht einen Faithkill. Dafür hab ich eben... Wie keine Ahnung. Brains-Bio und hier sind XP. Boah, wenn wir die sehen, ist das halt zu goldig. Ne, ne, weil dann wär ich schon alleine. Oder du? Ja, okay. Ja, okay. Das halt nicht. Die meinte, dass ich schon mal zusammen bin. Hast du seine Rüstung entschieden oder die andere? Ja, ja, ja. Ich nehm mich nur so zur Hälfte. Ja, dann fährst du aber die ab. Und vor allem ist halt... Hängt halt... Oh, Lukas! Uiuiui. Ich glaube auch nicht, dass der hier muss. Ich glaube, dass es so ein K war. Ja. Ja, jetzt auch. Ist er noch. Okay. Wenn er mit 4Change teamt, wahrscheinlich nicht. Die werden snipen vielleicht sogar. Mit auch. Nehm jetzt auch noch ein bisschen Essen mit, weil... Ach der, komm, dieser scheiß Q. Ja, komm. Q in Lava zu setzen ist immer so wunderbar. Vielleicht was du bekommst. Nein, komm schon. Oh, ich muss noch irgendwas mit 900 Blöcke laufen. Dann hab ich doch. Ich lass jetzt auch zu Call ihn. Ne. Ich will's auch nur schaffen. Zu 11 bin ich gleich 1000 Dollar. Oh, ich hab kein Essen mehr. Was? Oh, ich muss unbedingt Tiere mitnehmen, wenn ich welche sehe. Okay. Ich hab auch schon... Äh... Ungebratenes. Wieso brätst du denn Essen nicht, Panda? Ja, deshalb. Ach, dumme... Nee, ich hasse dich. Ja, ich hab auch. Mach lieber Schweine und so. Ne, hab eine. Ey, wow, ich krieg von beiden nur eins jeweils. So ein Scheiß. Oh, es ist für Nacht. Oh, geil. Bitte jetzt einfach irgendwie 15 Level fahren, da kann ich mir dort noch Schaapier machen. Dann... Oh, klar, Robert. Ich liebe's. Mhm, ich bin nur du. Ja, ich bin... Fass... Bist du da? Ne, noch nicht. Allein noch nicht. Ich sollte nicht so viel Food mitnehmen, ich sollte mich jetzt erstmal echt beeilen. Der XP. So, ich bin jetzt bei einer Cord schon. Ich auch. Ich muss jetzt noch Zeit runterlaufen. Ja. Ja, ja. Sinn. Wollen wir... Ich überlege, ob wir da oben chillen und die abcampen. Wenn die noch besnipe. Ja, gute Frage noch. Ich würde mich auch nicht runterbauen um links. Wenn die sich hochbauen, wäre ganz gut. Die werden sich zu 100% hochbauen. Würde ich sagen, Stern sind wir direkt rüber. Das war gerade dick komisch. Ich hatte irgendwie, wenn ich normalen One-Click habe, Zeit zu geben. Okay. Autoclicker, warte was? Ja. Scheiße. Ich bin gleich da. Elfzig auch. 100 Glöcke noch. Ich brauche noch 300. Da ist so viel Zucker, aber ich nehme es halt nicht mit, weil ich einfach nicht drauf fallen will. Naja. So ein Schaphir war schon sehr, sehr goldig. Wie viel Level hast du denn? 6. Das ist perfekt. Ja. Ich fahre mir jetzt meine 10 Level der Klingelmatch ab hier noch machen. Okay. Ich nehme jetzt einfach schnell Creeper noch mit. Und sowas. Auch wenn ich jetzt ein bisschen länger brauchen werde. Alles gut. So ich stelle mich mal direkt drüber. Oh Gott. Creeper? Ich bin da. Ja. Ich habe die 10 Level. Okay. Perfekt. Wer ist das hier? Guck mal ob ich irgendwie einen Namen sehe und sieht gut aus. Ich weiß nicht. Warte wie lange haben wir noch? Noch 3 Minuten. Wann bist du morgen zuhause? So dass wir 15 Uhr joinen können. Also das ist kein Problem. 15 Uhr. 15 Uhr. Deshalb weißt du. Also 19. Äh 17 Uhr Mensch. Freezes Air ist ja zuhause joined. Ich bin da. Ja. Wo bist du? Ja. Da. Achso minus 2. Oh mein Gott. Okay gut. Ich muss noch ein bisschen loben. Bist du plus? Nein nein. Aber ich habe die Koordinator falsch gelesen. Wenn. Wenn. Ich könnte hier schon mal ein bisschen Äpfel farmen. Ja. Da wo muss ich hin? Da. Alles ich. Wie viel haben wir noch? Sag mal bitte. Äh. 2. 30. Was? 2.30? Ja. Ja. Hier ist ein Ozean vor mir. Ja. Das glaube ich nicht. Wo bist du denn? Ja. Minus 50. Und dann halt die Z-Kollinator. Doch. Das schaffst du. Das schaffst du. Ja. Hier ist ein fetter See vor mir. Ja. Boot. Du hast doch dein Boot. Boot? Ich habe kein Boot mehr. Oh nein. Nein. Jawohl. Sollte doch nicht gehen. Ist das Bär-Waro-Plugin oder welches Plugin ist es? Der Kampfgerüst. Na. Ja. Das macht die beiden Plugins genau gleich aus. Das Bär-Waro-Fake. Ab'n Apfel. Ach, hi. Bist genau neben mir. Wo denn? Hier oben. So, jetzt schnell, schnell, schnell. Jetzt Endplassen. Das zusammen schaffen. Ja. Und dann mir geben. Hast du Schaff hier jetzt? Ja, Schaff hier. Schön. Das ist wichtig. Das ist barbatastisch. Ich hab'n Gap. Wir haben doch einen Apfel. Okay, perfekt. Okay, beide. Du weißt, man darf die Gaps ja ändern, oder? Die Phase. Ja. Denk ich mal. Sonst haben wir definitiv Strap. Ja, bitteschön. Und wenn die nicht da sind, äh, gehen, wenn die nicht hochkommen, ähm, gehen wir runter. Ja. Machen wir. Machen wir mal eine schnelle Schaufel. Ich guck kurz, ob ich noch einen Apfel finde. Ach das. Ja, das wird. Nicht hoffs. Oh, wir haben unser Setup. Hopp, hopp, hä? Ja, ist doch in Ordnung. Wir haben noch eine halbe Minute Zeit. Du wirst dann am Wasser. Nehmen wir uns Spieler. Komm hinterher. Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott! Ja! Da ist der Andere! Wo? Ja! Wer findet ihr? Was? Geh zurück? Nein! Wo? Ja! 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 Wo? Ja! Ja! Ja!